Na dann, Shinshuku. Ich glaube, das ist der Ort, den wir am meisten betreten werden in dem Spiel. Ich glaube, ist ja auch der Hauptort des Spiels. Wir sind echt sehr oft in Shinshuku. So. Hm, es hat funktioniert. Sieht aus, als war Kasumis Tipper keine Lüge. Und was finden wir? Oh, was ist das für ein Gestank? Ich kenne diesen Geruch. Jeder, der lange genug im Morddezernat geappertet hat, kennt den. Uff. Uff. Oh, wir haben hier viele Orte zu tun, glaube ich. Gucken wir erstmal ganz schnell nach hinten, würde ich sagen. Oh, ii. Das Wort Ruby ist mit Blut an die Wand geschrieben. Oh, oh. Oh. Oh, hier kommt der Gestank her. Der Körper ist in einem ziemlich übrigen Zustand. Wer immer das getan hat, hat genug Zeit gebraucht, um die Leiche so zu verstümmeln. Die inneren Organe wurden verletzt, vielleicht entfernt. Was ist das denn? Da ist eine Papiertüte mit dem Namen Higashi drauf. Hat Rainer das getan? Na ja. Da stand zumindest Ruby, also. Oh, nein. Ich mache den als letztes auf, würde ich sagen. Machen wir erstmal die anderen Räume. Nichts hat sich verändert. Bloß eine Tür. Hier gibt es nichts zu sehen. Wo kommt das Geräusch her? Oh, nein. Es klingt, als ob es versucht wird, von innen zu entkommen. Oh, je. Das Rasseln hat aufgehört. Warum? Oh, je. Okay. Dieser Fernseher sieht aus, als wäre er seit Jahren nicht genutzt worden. Eine sticke Staubschicht liegt auf ihm. Ich bezweifle, dass sie überhaupt noch funktioniert. Fotos von verschiedenen Mädchen, die alle in diesem Raum aufgenommen wurden. Sie sehen nicht die professionellen Fotos aus, die eine Agentur machen würde. Sie sehen alle so traurig aus und jung. Ich habe eine ziemlich gute Ahnung, wofür diese Bilder verwendet wurden und an welche Art von Leuten sie geschickt wurden. Rainer. Als es es war, zu denken, dass du an einem Ort wie diesem festgehalten wurdest, was ist mit dir passiert? Hä? Es passiert etwas. Was denn? Du bist früh zurück. Ja, ich, äh, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich gehe heute Abend früh ins Bett. Ruby, ignoriere mich nicht. In letzter Zeit waren es immer wieder dieselben Ausreden. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ruby, meine süße, kleine, geile Ruby. Denkst du, weil dieser eine Song ein Hit war, kannst du einfach aufhören zu arbeiten? Das Geld ist weg. Wir haben alles ausgegeben, um dir einen Plattenvertrag zu besorgen. Denkst du nicht, dass es unfair ist, mein Essen zu essen und hier umsonst zu wohnen, ohne zu arbeiten, Ruby? Hey, hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen, ich rede mit dir. Aber, bitte, ich wollte das nicht. Ich mache noch ein Lied. Ich mache es wieder gut, ich verspreche es. Ich will nur, ich will einfach nicht. Das ist genau der Grund, warum ich all diese Treffen für dich arrangiere. Du machst den richtigen Eindruck bei diesen Typen und sie werden dich weit bringen. Apropos. Masa hat mich vor kurzem angerufen. Weißt du, was er mir gesagt hat? Was denn? Er sagte mir, dass du gestern Abend bei ihm zu Hause ein wenig unangenehm warst. Du weißt, dass er einer unserer besten Kunden ist, oder? Was er für euch Mädchen tun kann, ist... Nun, ich sollte es euch nicht nochmal sagen. Aber ich habe dich zu ihm geschickt, weil er gesagt hat, dass du etwas Besonderes an dir hast. Er sagte sogar, von allen Mädchen hier wollte er dich besonders kennenlernen. Ich habe dir einen großen Gefallen getan, indem ich das möglich gemacht habe. Dann entschädigst du meine Großzügigkeit, indem du in einem Zimmer sitzt, weinst und mir sagst, dass es dir nicht gut geht, oder was auch immer für eine Entschuldigung du dir als nächstes ausdenkst. Ich konnte nicht, er hat es versucht. Es ist mir egal, was er versucht hat. Du hättest ihn lassen sollen. Als ich dich aufnahm, warst du ein verwundbares kleines Mädchen, das bereits in der Schule versagt hatte. Aber ich habe dein Potenzial gesehen. Ich wusste bereits, wie hübsch du sein würdest, wenn du älter wärst. Das ist alles, was diese Männer interessiert, wie ich aussehe. Na und? Denkst du, ich habe dich aufgenommen, weil du so klug warst? Du bist ein Idol, man soll dich anschauen. Die meisten Männer würden sich überschlagen, um ein hübsches Mädchen wie dich zu treffen. Aber du ruinierst es für alle, wenn du nur weinst oder rum sitzt. Ach, was machst du da? Ich habe es satt, wie ein Idiot auszusehen, Ruby. Du hast mich dazu gezwungen. Zu was gezwungen? Ja, das ist sie. Okay. Es klingt jetzt nicht kacke. Definitiv nicht. Die Arme. Oh, was jetzt? Oh, oh. Das Geräusch hat aufgehört. Und wer ist hier? Verdammt, Ruby. Ich ertrage es dich nicht, nicht so zu sehen. Du wirst dich nicht besser fühlen, wenn du hier eingesperrt bleibst. Hör zu, ich habe dir das Fotoshooting für morgen besorgt. Das mit Maser. Hörst du überhaupt zu? Zwingen Sie mich nicht, zurückzugehen. Ich will nicht rausgehen. Lassen Sie mich hierbleiben, bitte. Was ist los mit dir? Bitte, bitte zwingen Sie mich nicht. Ich habe Angst zu gehen. Soweit ich sagen kann, hast du nur Angst vor dem Erfolg. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um dich zum Star zu machen. Aber du wirst es nie schaffen, wenn du dich einsperrst. Was willst du nicht sagen? So kannst du mich nicht behandeln. Ich habe dir deinen Namen, deine Musik und fast alles andere gegeben. Oh, aber du hältst dich für etwas Besonderes, oder? Lass mich dir eines sagen, Schätzchen, das bist du nicht. Es gibt viele andere Mädchen in diesem Geschäft, genau wie du. Und sie tun, was sie tun müssen, ohne sich darüber zu beschweren. Sie verstehen, wie wichtig es ist, Kunden glücklich zu machen. Und es tut mir leid, dass es nicht nur Schmetterlinge und Blumen sind. Aber du bist kein naives, kleines Mädchen mehr. Du bist jetzt eine Frau. Hey, eher dann, Ruby. Ich versuche, dir hier einen Rat zu geben. Und du hörst mir nicht mal zu. Rainer, mein Name ist Rainer. Was hast du gerade gesagt? Rainer, wer ist denn das für... Wer ist denn das? Oh ja, das war der Name eines armen, wegen kleines Pflegekinds, das ich aufgenommen habe. Willst du wieder sie sein? Sag nur ein Wort und ich werfe dich eigenhändig raus. Wenn du denkst, dass du es jetzt so schlimm hast, lass uns die Sekunden zählen, bis du zu deiner Pflegefamilie zurückkehrst oder tot in deiner Gosse liegst. Nicht mehr so gesprächig, was? Rainer, oder ist es jetzt Ruby? Das Mädchen, das erfolgreich war. Das Mädchen, das es schaffen könnte, wenn sie es nur tun würde, was man hier sagt. Entschuldige, es tut mir leid. Ich habe die Beherrschung verloren. Aber du musst Dinge auf meine Art... Du musst die Dinge auf meine Art sehen. Du warst besonders. Weißt du das? Ich verstehe schon. Ich habe so viel Potenzial in dir gesehen. So ein schönes, junges Mädchen. Ich wollte dich aufziehen und dir zeigen, was das Leben sein kann. Dann weihst du mich zurück und alles, was ich dir anbieten kann, ist Schande. Du bist immer noch hübsch, Ruby. So hübsch, aber nicht, wenn du Trübsal bläst. Hör mal, ich verstehe, du bist eine Teenagerin. Du willst das ausleben, richtig? Gut, aber wenn du damit fertig bist, gehst du wieder raus. Denkst du, ich will dich zu all diesen Kleintreffen mit Masa und Typen wie ihm schicken? Mir wäre es lieber, du wärst erfolgreich. Damit wir das nicht tun müssten. Ich bin auf deiner Seite. Wenn du härter arbeiten würdest, müsstest du selbst was nicht tun. Stopp! Hör auf zu weinen! Du bist kein Kind mehr. Ich will nur nach Hause. Nach Hause? Was glaubst du, wo du bist? Du bist zu Hause. Besser wird es für ein Mädchen wie dich nicht. Morgen wirst du zu Masa gehen und alles tun, was er dir sagt. Du hörst auf zu weinen und fängst an, etwas Geld zu verdienen. Tja, vielleicht war es ein Fehler, zu glauben, dass du etwas Besonderes bist. Es stellte sich heraus, dass du nur eine weitere Enttäuschung bist. Noch eine Hure. Oh je. Ihre Vergangenheit ist traurig. Da liegt etwas auf der Matratze. Es ist ein Zeitungsartikel vom 24. Oktober 2004. Ah, der Titel des Artikels lautet One-Hit-Wonder-Ruby begeht Selbstmord. Das kann nicht sein. Das war vor über zehn Jahren. Ihr richtiger Name wurde der Presse voll enthalten, aber ihr Bild ist da. Dem Artikel zufolge ging Higashi zu ihrem Zimmer und fand es verschlossen vor. Er rief nach ihr. Sie öffnete nicht. Ich dachte, sie muss müde gewesen sein, sagte er. Sie hatte hart an einem neuen Song gearbeitet. Er brach die Tür erst auf, als sie den Geruch bemerkte. Sie hing an den Dachspan. Sie hatte sich fast zwei Tage zuvor erhängt. Und? Wahrscheinlich in diesem Raum. Da ist doch mehr. Obwohl Herr und Frau Higashi sie Jahre zuvor adoptiert hatten, wurde Ruby nicht für die Arbeit geschaffen und liebte es, mehr alles andere auf der Welt zu tun, anstatt ein Idol zu sein. Ihr Song Look For Me wird diesen Monat wieder im Handel erhältlich sein, wobei alle Verkäufer an verschiedene Selbstmordpräventionsorganisationen gehen werden. Ich habe genug gelesen. Die Traurigkeit in diesem Raum ist das gleiche schreckliche Gefühl, das ich in der Kanalisation gespürt habe. Gehört dieses Gefühl zu Rainer? Ist es das, was ich sehen wollte? Kommen wir jetzt zur nächsten Tür. Wahrscheinlich die zweite jetzt, oder? Nichts. Sind wir hier fertig, oder? Oh, mir ist schlecht. Dieses Monster. Wie viele Mädchen hat Higashi herumgereicht und missbraucht, bevor sie ihn ermordet hat? Und Rainer, sie sah genauso aus wie jetzt, 16 Jahre alt. Ein Kind. Higashi hatte sie eingesperrt und sie versuchte, die Kontrolle zurückzuerobern, so wie sie dachte, sie könne nur... Nur sie kam zurück und all diese Schmerzen und Leiden kamen mit ihr zurück. Als ich in diesem Raum war, konnte ich sie fühlen, als wären sie meine eigenen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich das fühle. Die Dunkelheit war davon durchrungen. Als ich es bemerkte, war es, als hätte sich die Luft verändert. Ich kann jetzt einen Puls spüren, wie ein Herzschlag, der mir folgt. Aber das ist nicht genug. Die Maske könnte mir helfen, die Tür zu finden und ich kann... Und ich kann die Dunkelheit fühlen, aber der Weg ist immer noch nicht offen für mich. Was übersehe ich? Mein Gefühl sagt mir, dass es mit dem Kamen Kai zu tun hat. Und die einzige lehmende Person, die davon weiß, ist die alte Kavana-Frau. Sie muss mir sagen, was passiert ist. Naja, das heißt, wir kommen langsam zum Ende, oder? Also es kann ja so langsam das Ende sein. Ich trinke mal nebenbei mal wieder was. Ah, die meisten Orte sind jetzt weg. Na dann. Bleibt nur noch eine Wahrheit. Und Detektiv Conan findet sie. Du! Ich hab dir gesagt, du sollst dich von meiner Familie fernhalten. Zieh meine Enkelkinder nicht mehr mit hinein, als du es bereits getan hast. Bleib zurück! Ich habe Fragen zu den Kamen Kai, der Gruppe, zu der ihre Tochter und ihr Schwiegersohn gehörten. Sie sind die einzige Überlebende, die sich erinnern würde. Kamen Kai! Ich weiß nichts darüber! Lass mich in Ruhe! Oma, es reicht! Hör... Hören die doch... Hör dir doch mal zu! Ist dir überhaupt klar, dass du lügst? Takashi hat uns alles erzählt. Und du, Ito, nur weil du... nur weil du dir diese Untersuchung wichtig hast, hast du nicht das Recht, hier reinzuplatzen. Mai, deine Oma und ich müssen reden. Wenn es dich stört, solltest du vielleicht gehen. Nein, ich geh nirgendwo hin. Das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Es gehört genauso mir wie Oma. Wenn du etwas zu sagen hast, kannst du es mir sagen. Erst vor kurzem erfuhr ich, dass meine Eltern in einer Sekte gestorben sind und niemand weiß warum. Denkst du das zu hören, was war einfach für mich? Ich möchte dir helfen, Ito. Aber all die Betrügereien und Lügen fangen an, Menschen zu verletzen. Ja, genau deswegen suchen wir ja die Wahrheit mal. Also, was ich verfolge, ist viel schlimmer. Sag das den armen Mann auf dem Revier. Er ist jetzt im Krankenhaus bald und hat Angst vor dir. Ja, gut. Die Leute sind nicht nur hier, um sich zu informieren und dann weggeworfen zu werden, während man weiterzieht. Sie haben auch Leben. Und die Vergangenheit zu erwähnen, kann wehtun. Sicherlich verstehst gerade du das. Das tue ich, aber das Ignorieren der Vergangenheit lässt sich nicht, lässt sie nicht verschwinden und es gibt noch unerledigte Dinge von den Kamen Kai, um die man sich kümmern muss. Aber worüber soll ich doch gehen? Alle sind tot, oder? Mai, ich verspreche, später mit dir darüber zu reden. Lass mich und den Detective reden. Na los, du hast uns Abendessen gekocht, nicht wahr? In Ordnung, wir reden später darüber. Aber ich bin im anderen Zimmer, wenn du mich brauchst. Sie haben mich also gefunden. Jetzt, wo Mai es weiß, hat es wohl keinen Sinn mehr, es geheim zu halten. Die Wahrheit ist, meine Tochter wäre nie zu den Kamen Kai gekommen, wenn ich nicht gewesen wäre. Ich habe sie und ihren Mann überzeugt mitzumachen. Ich war bereits Mitglied. Als ich beitrat, hatte mein Mann mich verlassen. Und ich hatte meinen Job verloren, so dass ich plötzlich eine alleinstehende, arbeitslose Mutter hatte, die ihre Tochter kaum ernähren konnte. Da fand mich Tokimasa und sagte mir, dass die Gesellschaft, die mich stigmatisiert und gemieden hat, eine Fiktion war, eine großartige Maschine, die es zu bekämpfen galt und dass meine Seele auf dem Spiel stand. Natürlich benutzte er mich wie alle anderen auch. Ich wollte unbedingt hören, dass meine Kämpfe nicht meine Schuld waren. Sie haben mir alles gestohlen, meine Jugend, mein Verstand, dann mein Kind. Und eines Tages im Jahr 1996 starben sie alle. Die Todesursache wurde begraben und es wurden keine Autopsien durchgeführt. Oder wenn doch, wurden sie verheimlicht. Warum? Das ist einfach. Die Regierung scherte sich nicht um einige tote Kultisten in den Wäldern und vertuschte es, damit die Zeitungen ihren Tod nicht sensationell machten. Das ist alles. Nach allem, was ich gefunden habe, erwartest du, dass ich das glaube? Zwölf Menschen starben an diesem Tag und niemand weiß warum. Was ist passiert? Sagen sie mir die Wahrheit. Willst du wissen, was so schlimm passiert ist? Gut. Was so schlimm passiert ist? Gut, ich sag's dir. Sie sind umsonst gestorben auf den Spuren eines Verrückten, der das Leben für eine Illusion hielt. Als sich die Worte anderer Verbindungen und anderer Gruppen verbreiteten, begann Tokimasa uns Wahn, dass das Ende nahte. Er glaubte, dass die Welt zusammenbricht und es war Zeit für ihn und seine Anhänger, das Fleisch zu verlassen und die Reinheit unter den Göttern zu finden. Meine Emiko, sie ist nicht an seiner Verschwörung gestorben. Sie wehte den Tod, weil sie keinen Anker mehr in der Realität hatte und es war meine Schuld. Darüber hinaus weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Nein, du weißt es. In dem Bericht steht, nachdem die Offiziere die Leichen geräumt hatten, fanden sie die Maske, dieselbe, die du mir vor sechs Monaten gegeben hast. Ja, das, Tokimasa behielt sie für immer für sich und sagte, sie gewährte ihm den Blick in das Reich der Kami. Ich, ich brauche sie. Du verstehst nicht. Sie, sie erlaubte uns seltsame Dinge und Leute zu sehen, die weg waren. Der Guru war ein Narr, ein Schwindler, aber die Maske, die Maske war echt. Es gab ein Gerücht, dass die Kultmitglieder von einem ihrer eigenen getötet wurden. Sicherlich hast du nicht. Nein, du verstehst nicht. Ich würde nie mein eigenes Kind töten. Ich habe die Maske nicht genommen. Sie wurde mir gegeben. Eines Tages tauchte ein Mann, ein Journalist oder so, mit der Maske vor meiner Tür auf. Ich konnte es nicht glauben. Ich bat ihn darum und er stand da und lächelte mich an. Solche Augen wie seine hatte ich noch nie gesehen. Es war seltsam. Alles, was er im Austausch für die Maske wollte, war ein Bild von Emiko. Als ich dem Kult beitrat, war ich gezwungen, mein Business aufzugeben und hatte nur noch einen übrig, aber ich gab ihn ihm trotzdem. Ich dachte, wenn ich die Maske hätte, könnte ich sie feststellen. Dass sie mir vielleicht verzeihen würde. Sobald ich sie in der Hand hatte, öffnete sie sich mein Verstand. Ich konnte ihre Stimme hören. Also bist du in die Kanalisation gegangen und hast gedacht, du könntest sie retten. Takashi hat ja das auch gesagt, oder? Ja, es ist wahr. Emiko schrie zu mir und bat mich, sie zu finden und sie von einem dunklen Ort zu befreien. Ich hätte alles gegeben, um sie wieder in meinen Arm zu halten und sie um Vergebung zu bitten. Es ist mir egal, wenn du mir nicht glaubst. Genau wie Tanaka nach mir gerufen hat. Ich glaube dir, wir sind wahrscheinlich einige der wenigen Überlebenden, die wissen, wozu diese Maske fähig ist. Wenn du wirklich dachtest, sie würde dir helfen, sie zu finden, warum hast du sie mir dann gegeben? Weil ich mich geirrt habe. Zuerst folgte ich nur dem Flüstern. Damit fand ich mich in einem seltsamen Labyrinth und jagte ihren Schatten hinterher. Die Tage verschwammen ineinander. Ich verlor die Spur meiner Enkelkinder, des Schreins. Es war eine Illusion, egal wie sehr ich es auch versuchte. Ich habe sie nie gefunden. Ich wurde nur mehr und mehr von der Welt um mich herum getrennt. Ich wurde den Wahnsinn getrieben. Ich wurde wieder benutzt, so wie Tokimaster mich schon so viele Jahre zuvor benutzt hatte. Ich habe versucht, es loszuwerden. Wirf es weg, verbrenne es. Nichts davon war wichtig. Es kam immer wieder. Und als ich die Vision sah und das Flüstern hörte, wurde es nur noch schlimmer. Also habe ich sie aus meinem Kopf verbannt und versucht, ein Leben in Einsamkeit zu fühlen und die Schreie meiner Tochter zu ignorieren. Dann bist du gekommen. Und als du die Maske genommen hast, schrie sie in Stimmen, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich dachte, es wäre ein Zeichen, also habe ich sie dir gegeben. Ich hatte nicht einmal Zeit, einen Seufzer der Erleichterung zu machen, als ich einen Schuss hörte. Niemand sonst hörte darauf. Ich glaube, ich war die Einzige, die diesen Klang erkannte. Ich dachte, die Maske bestraft mich noch einmal, indem sie mir Mai wegnimmt. Stattdessen war die Tragödie auf jemand anderes übergegangen. Es tut mir leid. Vielleicht sollte das Wissen um die Maske mit uns sterben. Es gibt noch eine andere Person, die von der Maske weiß. Ein Mädchen namens Rainer. Sag dir der Name etwas? Nein, ich kenne niemanden mit diesem Namen. Erwartest du, dass ich jeden kenne, der von dieser Maske berührt wurde? Nein, aber du warst in deiner Kuppe verwickelt, die sie verehrt hat. Bist du sicher, dass du mir alles erzählt hast? Ja, was nützt es, eine alte Frau zu beschuldigen? Es sei denn, du jagst auch jemanden. Das muss es sein. Mai hat mir erzählt, dass du jemanden verloren hast, deinen Partner bei der Polizei. Stimmt das? Wenn ich recht habe, dann schlage ich vor, dass du deine Suche abbrichst. Der Ort, der mir von der Maske gezeigt wurde, war nicht für die Lebenden bestimmt. Ich kam gerade so mit dem Leben davon. Hör auf, solange Geist und Körper noch intakt sind. Was, wenn ich dir sagen würde, dass es eine andere Möglichkeit gibt? Welche andere Möglichkeit? In den Monaten, seit ich dich zum ersten Mal getroffen habe, hatte ich Zeit, die alten Texte in diesem Schrein zu studieren. Und als die Maske immer weiter weg war, wurde mein Verstand klarer. Ich wusste, dass sie eines Tages zu mir zurückkehren würde. Und so war ich entschlossen, einen Weg zu finden, mich und meine Enkelkinder vor ihrem Einfluss zu schützen. Die Dunkelheit der Carmen Kai und deren rituelle Gegenstände sind nur Manipulationen, die unsere Verbindung zu dem, was wirklich göttlich ist, trennen. Die Maske erzeugt Dunkelheit. Dunkle Mächte können in alle Arten von Lebenden und Nicht-Lebenden Dingen eindringen und sie zu Gewalt oder Tod treiben. Was böse ist, kann nicht benutzt oder toleriert werden. Sie muss zerstört werden. Es ist der einzige Weg, um uns vor ihrem Einfluss zu bewahren. Die Maske zerstören. Ich dachte, du hättest gerade gesagt, dass das nicht geht. Nicht physisch. Oma, ist alles in Ordnung? Ich hab dich wieder über diese Maske reden hören. Ja, Liebes, aber keine Sorge. Eigentlich ist es gut, dass du hier bist, da dieses Gespräch auch dich betrifft. Mai, du hast lange Zeit Exorzismus und Reinigungsrituale geübt, nicht wahr? Ein solches Ritual könnte die Maske reinigen und ein Stück Holz verwandeln, wenn wir die richtigen Materialien sammeln, natürlich. Ich kann in deinem Blick erkennen, dass du mich für senil hältst, aber ich meine es ernst. Auch moderne Rituale haben uralte Wurzeln und mit genügend Überzeugung sind sie noch zu großer Macht fähig. Davor war ich zufrieden, solange die Maske meine Kinder nicht verletzte, da ich zu schwach war, um selbst zu tun, was nötig war. Aber jetzt, wo ich dich hier sehe, sehe ich eine zweite Chance, das Richtige zu tun. Wenn du wirklich weißt, was die Maske ist, dann musst du mir helfen, sie zu zerstören. Langsam, ich bin nicht hergekommen und an meinem Ritual oder Exorzismus oder wie auch immer du es nennen willst, teilzunehmen. Ich will nur die Wahrheit über die Kamen Kai, die du mir noch nicht gegeben hast. Du bist ein Stuhrkopf, oder? Dann sei es so. Ich sehe, es gibt nur einen Weg, deine Meinung zu ändern. Die einzige Spur von dem, was an diesem Tag geschah, war auf dem Kamen Kai-Gelände selbst. Die Aufzeichnungen über den Standort sind verloren gegangen und wurden nie veröffentlicht, aber ich weiß, wo es ist. Wo ist der Haken? Geh dort hin, such nach deiner Wahrheit. Sieh, was die Armebeete und der Maske bewirkt hat. Wenn du zurückkommst, hilfst du mir, sie zu zerstören. Was macht dich so zuversichtlich, dass ich meine Meinung ändere? Ich ging einmal zurück vor Jahren. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, warum. Vielleicht, um mich an meine Sünden zu erinnern. Was ich an diesem Ort sah und fühlte, es war verdorben von Dunkelheit und Tod. Diese beiden Dinge sind alles, was die Maske einem bietet. Da ist noch etwas anderes. Ich hatte das Gefühl, du würdest das sagen. Die schwere, unnatürliche Luft, die ich fühlte, als ich auf das Gelände zurückkehrte. Sie hatte den gleichen Gestank, die gleiche Eigenschaft, wie in den Tunneln, in denen ich nach Emiko suchte. Klingt für mich wie ein Aberglaube. Also, was genau willst du als Gegenleistung für die Informationen? Ich glaube, die Energien der Maske und dieser Ort sind miteinander verbunden. Ich will, dass du etwas von dort zurückbringst. Irgendwas. Es kann beim Ritual helfen. Die Suche nach der Wahrheit würde dir keinen Frieden bringen, Detective. Das Reinigen der Maske ist sehr wohl möglich. Vergiss das nicht. Das Gelände liegt im Wald von Aokigahara. Aokigahara? Ey, das ist der Selbstmordwald. Oh nein. Wenn der Logan Paul ist, dann ist hier alles vorbei. Selbstmordwald, was für ein schrecklicher Name. Obwohl ich vermute, dass diese Wälder viele Tragödie gesehen haben. Und den Tod. Ito, du kannst da nicht einfach reinplatzen. Es ist gefährlich. Was, wenn du dich verläufst? GPS funktioniert da drin nicht und ich habe gehört, dass nicht mal der Kompass nach Norden zeigt. Nicht nur das, aber nun, eine Menge Leute gehen dorthin und zu sterben. Ich denke nicht, dass du gehen solltest. Ihr zwei redet weiter über diese Maske, als wäre es ein böser Geist, der euch Schmerzen bereitet, aber ich glaube, der Schmerz, den ihr fühlt, wird nicht durch eine Maske verursacht. Es, es seid nur ihr selbst. So viele Nächte nach dem Tod des Mädchen zum Schreien hatte ich Albträume. An jeder Ecke dachte ich, ich würde sie dort sehen. Es war weder ein Ritual noch ein Zauber, der mich besser gemacht hat. Ich hörte einfach nicht mehr auf die Angst. Ich konfrontierte sie. Als du mich zu Takashi gebracht hast, war das das erste Mal seit April, dass ich Kamakura verlassen hatte. Es ist peinlich, es zuzugeben, aber ich hatte Angst. Und ja, Takashi erzählte mir das ganze Zeug von Mama und Papa, aber es war die Wahrheit. Ich habe mich nicht von einem Dämonen versteckt, den ich selber erfunden habe. Wie auch immer, ich weiß, dass du nicht auf mich hörst, aber ich denke nicht, dass du dich in Gefahr bringen solltest, nur damit du deine Dämonen weiterverfolgen kannst. Vielleicht hast du recht, aber einige Dämonen können sich auf andere ausbreiten. Das Kamen-Kai-Gelände zu besuchen ist etwas, was ich tun muss. Nun, es ist deine Entscheidung, aber Aokigahara ist riesig. Wie willst du deine Verbindung finden? Mai hat ein gutes Argument. Es ist lange her. Bist du sicher, dass du dich erinnerst, wo es ist? Natürlich tue ich das. Ich weiß, was ihr beide von mir denken müsst, aber ich bin nicht senil. Es ist ein Spaziergang von einer Bushaltestelle am Stadtrand von Naruzawa entfernt. Wir gehen gelegentlich in die Stadt, um Vorräte zu holen. Einige Meilen von der Bushaltestelle entfernt gibt es eine Lichtung und einen Weg, der von Zeit zu Zeit von Forstdienst benutzt wurde. Ich zeichne dir eine Karte, bevor du gehst. Es geht noch eine ganze Weile weiter und wird schließlich blockiert. Geh weiter vorwärts und kehre nicht um oder verlasse den Weg. Der Wald kann dir Streiche spielen. Angenommen, der Weg ist noch da. Scheint es mir ziemlich unglaublich, dass das Gelände all die Jahre in Ruhe gelassen worden wäre. Er steht immer noch. Warum sollten sie sich schließlich die Mühe machen, es abzubauen? Geh und such nach der Wahrheit, von der du denkst, dass du sie finden wirst. Aber sei vorsichtig, Detective. Tu, was getan werden muss, dann geh. Dort zu bleiben ist gefährlich. Ich hoffe, dass du, sobald du diesen Ort betrittst und die Energie spürst, die ich gespürt habe, das erkennst, was ich nie konnte. Du verstehst mich doch, oder? Die Maske muss gereinigt werden. Kommt darauf an, was ich finde. Sei kein Narr. Zu finden, was an diesem Tag passiert ist, wird nichts ändern. Du wirst von deiner Vergangenheit heil gesucht. Du jagst Phantome wie ich einst. Wenn du diesen dunklen Ort betrittst, lässt du Teile zurück. Reinige sie. Hör auf, solange du noch ganz bist. Ich werde trotzdem mit den Vorbereitungen für die Ceremonie beginnen. Mai, bringen sie raus. Okay. Also, ich glaube ja, aber... Ich werde trotzdem